gut jetzt mal wieder hier das könnte jetzt 20 minuten dauern oder so das ging ja auch schnell so den einen haben wir ja schon wo kommst du denn jetzt auf einmal wieder her ich habe einen zweiten ausgang gefunden was denn da unten in dem loch das ist ja ein ding was ist mit dem schatz sucher ja auch den habe ich gefunden so was du hast es echt drauf wenn du jetzt auch noch danilo findest wäre das eine echt tolle sache ja ja ich arbeite dran aber mach schnell ich will wieder raus aus diesem dinge hier merfensäge und dann wird er macht dann ja okay ich muss sagen wir gehen nach hier da sind wir zwei gänge ist doch alles allein sind sie doch spiel dich nicht so auf ich bin gekommen um euch den arsch zu retten was denn du weißt du eigentlich was hier los ist man nicht nur dass dieser tempel völlig marod ist und jeden moment droht einzustürzen überall lauert der tod hier unten wo ist euer anführer danilo habe ich schon seit einer ewigkeit nicht mehr gesehen er ist mit diesem verrückten schatz sucher da drüben in den gang verschwunden wollte nur mal eben sehen was dazu holen gibt aber weder er noch der schatz sucher sind da je wieder rausgekommen wenn du mich fragst sind die beide verreckt ich werde nach danilo suchen du bleibst hier und hältst die stellung in ordnung wir kriegen ohnehin keine 20 mann weiter in diese ruine rein und wer bist du da hinten der düter wie geht die arbeit voran mühsam bin ganz alleine wie geht's deinem bruder olf holf ist irgendetwas schlimmes passiert ich kann das fühlen du musst ihm helfen er ist in großer gefahr beruhige dich ich werde deinen bruder olf schon finden ja finden wirst du ihn sicher aber wenn du dich nicht beeilst ist er dann vielleicht schon tot was hast du bisher gefunden ein bisschen goldkram zu viel um zu sterben zu wenig um zu leben das einzig interessante ist dieser altar dort drüben erscheint über einen komplizierten mechanismus mit der gittertür dort verbunden zu sein das ganze ding ist mit einer technik verarbeitet worden die mir gänzlich unbekannt ist eins ist schon mal klar die erbauer dieser tempelanlage waren hoch entwickelt was macht der ansteht der haut auf der wird da lang schwissen schwissen wie so kann man was auflegen und ein stehengang heute mal eben was gucken hat er echt schrecklich wie jetzt hier oh einmal schröcken und das dann? da ist das drin meine fresse springt das auf einmal auf so eine scheiße hier ist eine drohe scheinke skeletträger ein cool zwei cool da geh ich lieber nicht ich hab keinen wort auf zwei cool also einer geht ja noch aber zwei lieber nicht wenn die da sind dann aber ich hoffe mal nicht dass die da sind da war ja hinten war ja noch so ein gang vielleicht war man sich eher den da ach so das gab keinen gang da scheiße das muss ich wirklich gegen den weingut kämpfen das geht so das ist jetzt Help me. Wo sind die? Das ist doch unlogisch. Kann man die nicht bis dahin locken? Scheint irgendwie nicht. Wohler, wach all. Aufgepasst, Maul! Danke, Jungs. So, jetzt noch der eine Typ da, der gerade so eine Leiche hat. Ich glaube, das ist eine Leiche von den einen Typen. Also, ich will es nicht hoffen, aber das wird bestimmt. Ja. Alter, es reicht es aber. Oh, den Yellow ist tot. jetzt haben wir jetzt zwei wege ich gehe mal nach da wenn man was wert ist da war irgendwie was komisches der festkarte ist das ein wer war da so statt dann geht es weiter nach hier scheiße das wird immer gefährlich Scheiße, da ist noch ein Ghoul. Alter, lass mal diese Scheiße mit diesem Frosch. Der hat mich bekommen, der hat mich bekommen. Also, der scheint aber wirklich stark zu sein. Warum dauert das jetzt so lange? Wahnsinn. Ach, wie sind sie jetzt hier? Habe ich das gemacht? Ich gucke mal nach, ob ich das gemacht habe. Ja. Das war irgendwas wertvolles, dieses komische Helm-Dings. So, die ganze Zeit 5 nehmen, bis es voll ist. Und nochmal speichern. Ach, den einen Ghoul werden wir noch dort besiegen. Ey, das gibt's doch nicht. Wir waren da so gut. Der hat nur geschlagen, war. Konnte ich nicht mal ausweichen oder so. Ich will immer wissen, ob das mit dem besser klappt. Mit dem Schild. Äh, mit dem Schwert. Was ist das? Dämonenklinge. Was? Was? Ist doch stärker, ne? Ich will mal wissen, ob das mit dem besser ist. Nee, ist nicht besser. Kann ich mich nicht äh, äh, konzentrieren auf dem, wenn es schwert. Wie konnte ich das treffen? Ich tue mir jetzt leid mit dem Scheiß. Also, das will irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum der stärker ist. Ich meine, bestimmt wegen den Zauber aus der... Ach, die, wir können auch einen Zauber machen. Vielleicht klappt das ja so. Irgendwie... Muss doch klappen, irgendwie. Ähm... Vielleicht klappt das ja irgendwie damit. Was ist denn? Die 8? Weiß ich. Magischer Schutz. Magischer... Dann werden wir mal... 8? Ja. Scheiß Vieh. Gibt's hier irgendwas? Kann man die Marksche Scheiße aufhören? Hey, so kein Hebel, was soll das? Und wie geht's denn jetzt weiter? Ja. 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 Ja.